Hallo Nation, toller Spieler verlängert gerade bei Borussia Dortmund, aber zuerst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und keine Informationen wie diese weiteren möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem Laufenden halte. Zurück zum Thema. Julian Reikhoff kam vor zwei Jahren von Ajax zu Dortmund. Dank seiner fabelhaften Marke im U19-Trikot hat der Stürmer nun einen neuen Vertrag erhalten. Seine ersten beiden Jahre beim BVB nutzte Reikhoff, um sich für einen neuen Vertrag zu empfehlen. Wie der BVB an diesem Freitag mitteilte, hat der 18-jährige Stürmer sein langjähriges Arbeitsdokument verlängert. Der Niederländer wechselte im Januar 2021 von Ajax nach Dortmund. In bislang 54 Spielen für die U19 erzielte Reikhoff 42 Tore. NLZ-Geschäftsführer Lars Rickenlobt, Julian hat sich in unserem Nachwuchsleistungszentrum sehr positiv entwickelt und ist fester. Bestandteil des niederländischen U18-Kaders. Wir freuen uns, weiterhin einen Mittelstürmer im Kader zu haben, der konstant Tore schießt und überragend auftrumpft. Perspektiven, Reikhoff ist stolz, einen langfristigen Vertrag beim BVB unterschreiben zu können. Ich spüre das Vertrauen der Verantwortlichen und werde nun weiter an meinem Traum arbeiten, eines Tages für die Profis von Borussia Dortmund spielen zu dürfen. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr verpassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin solche Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team verpassen. Und das ist eine Umarmung und ein Abschied.